Positive und negative Aspekte der Tollkühnheit Tollkühnheit ist ein interessanter Ausdruck, der im Deutschen heute nicht mehr so häufig gebraucht wird. Kühnheit ist ja etwas, was mutig heißt, tapfer. Jemand, der etwas tut, was außergewöhnlich ist und was nicht so einfach ist, der tut etwas Kühnes, der besitzt Kühnheit. In früheren Zeiten war Kühnheit besonders eine positive Eigenschaft auch von Soldaten, Menschen im Militär. Das konnte positiv angesehen werden oder auch negativ angesehen. Aber im Allgemeinen galt es für einen Soldaten als hilfreich, kühn zu sein. Glücklicherweise jetzt im Jahr 2015 gibt es jetzt keinen Krieg in Deutschland mit den Nachbarn und man wird jetzt auch nicht sagen, dass ein Soldat übermäßig kühn sein muss. Im Gegenteil, Vorsicht ist etwas Wichtigeres. Kühnheit kann man in anderer Hinsicht haben. Für manche ist es ein Ausdruck von Kühnheit, dass sie sich öffentlich melden und sagen, ich würde das und das vorschlagen. Für manche bedeutet es Kühnheit, zum Beispiel sich aber im Stadtfest zu melden und mit einem Vortrag zu geben. Für manche ist es Kühnheit, eine Yogastunde auf einer Messe zu geben. Dessen würde man zwar heute nicht von Kühnheit wirklich sprechen, man spricht mehr, man hat Mut und man ist mutig. Der Ausdruck Kühnheit ist etwas aus der Mode gekommen. Trotzdem, es gibt ihn noch irgendwo Kühnheit. Man kann sagen, es ist eine etwas gesteigerte Form von Mut, wo man noch ein bisschen mehr auch aufs Spiel setzt. Toll Kühnheit ist die Steigerung von Kühnheit. Der Ausdruck toll heißt ja heute oft etwas Gutes, ein toller Mensch, ein großartiger Mensch. Eine tolle Gelegenheit ist eine großartige Gelegenheit. Wenn man jemandem sagt toll, dann meint man großartig. Aber ursprünglich heißt der Ausdruck toll verrückt. Wobei auch heute verrückt manchmal positiv heißt. Aber heute sagt man dann eher psychotisch, krankhaft. Aber toll, es gibt eben die Tollheit, das war früher der Ausdruck, was man heute als Psychose bezeichnen würde. Und so ist Tollkühnheit eigentlich eine verrückte Kühnheit. In manchen Situationen überrascht eine Tollkühnheit die andere und kann deshalb großen Erfolg bringen. Aber Tollkühnheit ist eben auch oft verrückt und kann manchmal auch ins Verderben führen. Und es ist ja auch gar nicht mal selten, dass Menschen durch Tollkühnheit nachher Unfälle bauen und vielleicht dauerhaften Schaden nehmen. So dass es im Allgemeinen klüger ist, wenn es um physische Dinge geht, man sollte seine physische Gesundheit nicht zu sehr aufs Spiel setzen. Auch die Gesundheit von anderen. In dieser Hinsicht etwas Vorsicht ist besser. Und wenn man Verantwortung für andere hat, sollte man auch dort vorsichtig sein. Wenn es aber um etwas geht, wo das Risiko nicht so groß ist, wo man im schlimmsten Fall sich blamiert und man kritisiert wird, da ist etwas Mut gut, manchmal auch Kühnheit und manchmal Tollkühnheit. Und wenn es eine große Gefahr gibt, wo man nichts tut, die Gefahr groß ist, dass alles kaputt geht, dann kann es an der Zeit sein, doch eine Tollkühnheit zu begehen. Wenn es so aussieht, als ob es große Schwierigkeiten gibt, wenn man nichts tut, und wenn vorsichtige Vorgehensweisen nicht sehr versprechend sind, manchmal muss man ausbrechen und eine Tollkühnheit begehen. Im schlimmsten Fall geht es schief und es wird nicht schlimmer, als wenn man nichts getan hätte. Im besten Fall für die Tollkühnheit zu einem großen Erfolg. Das waren ein paar Gedanken zum Thema Tollkühnheit. Mein Name, Sukhadev Bretz von www.yoga-vidya.de www.yoga.thres igift.de www.yoga.thhavev beilly.de www.yoga.th Siri.de www.yoga.th 03 thicket www Welth www.yoga.th